Hallo, mein Name ist Andreas Dorowitz, ich bin Plastischer Chirurg und arbeite im Kutzpahri-Zentrum. Mein Spezialgebiet ist die Brustchirurgie. Gut, hier sehen wir jetzt den besagten Kreuzlinienleser. Wir sehen, die Patientin sitzt kerzengrat da, stimmt überein mit der Linie, die ich vor der Operation schon angezeichnet habe. So kann ich sicherstellen, dass die Implantate auch auf gleicher Höhe sind. Und das ist natürlich besonders wichtig für das schöne und symmetrische Ergebnis.